André Léon-Marie Nicolas Rieu, geboren am 1. Oktober 1949 in Maastricht, ist ein berühmter niederländischer Geiger, Dirigent, Arrangeur und Musikproduzent. Er ist bekannt für seinen charismatischen Aufführungsstil klassischer Musik und seine groß angelegten Konzerte, die Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt Freude und Emotionen bescheren. André Rieu's Karriere hat viele Höhen und Tiefen durchgemacht, aber nichts ist vergleichbar mit dem Schmerz, den er erlitt, als seine Frau Marjorie an Gebärmutterkrebs litt. Marjorie war nicht nur André's Frau, sondern auch seine Begleiterin, Unterstützerin und größte Inspiration in seinem Leben. Sie verbrachten mehr als 40 Jahre zusammen, gründeten gemeinsam eine herzliche und glückliche Familie und zogen zwei Söhne groß, Marc und Pierre. In diesen Jahren war Marjorie immer die Unterstützerin von André's musikalischer Karriere und half ihm, Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben zu meistern. Als er erfuhr, dass Marjorie Gebärmutterkrebs hatte, war André's Herz gebrochen. Er ist nicht nur ein berühmter Künstler, sondern auch ein verantwortungsbewusster und liebevoller Ehemann und Vater. Angst, Unsicherheit und gequälte Gefühle machten es ihm unmöglich, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Mit der Zeit musste er zusehen, wie die Frau, die er am meisten liebte, mit dieser bösen Krankheit zu kämpfen hatte, was ihm das Herz schwer machte. André Rieu gab jedoch nicht auf. Er stand Marjorie während des gesamten Behandlungsprozesses immer zur Seite, nicht nur als Quelle spiritueller Ermutigung, sondern auch als Begleiter in den schwierigsten Momenten. Er verbrachte viel Zeit damit, sich um sie zu kümmern, Wohltätigkeitsveranstaltungen zu organisieren, um Geld für die Krebsforschung zu sammeln und anderen Patienten zu helfen. Während seiner Konzerte erzählt er oft von den Schmerzen, die er erlebt hat, und hilft dem Publikum, die Notwendigkeit, gegen diese Krankheit zu kämpfen, besser zu verstehen. Schließlich verstarb Marjorie nach einem langen Kampf. Dieser Verlust hinterließ ein großes Loch in Andrés Herzen, aber er beschloss, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Stattdessen verwandelte er den Schmerz in Motivation, widmete sich weiterhin der Musik und widmete die schönsten Lieder dem Andenken an die Frau, die er liebte. André gründete eine nach Marjorie Rieu benannte Wohltätigkeitsstiftung, um die Krebsforschung zu unterstützen und bedürftigen Patienten zu helfen. Mit einer beeindruckenden musikalischen Karriere hat André Rieu bewiesen, dass Musik nicht nur ein Teil des Lebens ist, sondern auch eine Möglichkeit, in schwierigen Momenten Schmerzen zu überwinden und Freude zu finden. Er brachte Millionen von Menschen wunderschöne Musik und eine Botschaft der Hoffnung und Stärke. Der Schmerz über den Verlust und die Liebe zu Marjorie wurden zu einem unverzichtbaren Teil seiner künstlerischen Reise. Von seiner illustren Karriere bis hin zu seinem persönlichen Herzschmerz ist André Rieus Leben ein Beweis für die Kraft der Liebe und Ausdauer. Er zeigte, dass Liebe und Musik immer eine großartige Motivationsquelle sein werden, um uns bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen, egal wie schwierig die Herausforderungen des Lebens sind. André Rieus ist nicht nur ein Künstler, sondern auch ein starker Mann, der immer Wege findet, Schmerz in Stärke umzuwandeln, um weiterzuleben und zum Leben beizutragen. Als er die Nachricht erhielt, dass seine Frau Marjorie Rieus an Krebs erkrankt war, veränderte sich André's Leben völlig. Er muss sich nicht nur mit Sorgen um die Gesundheit der Frau herumschlagen, die er liebt, sondern muss auch einen Weg finden, Arbeit und seine Pflicht, sich um sie zu kümmern, unter einen Wut zu bringen. Obwohl André mit Auftritten, Tourneen und Musikprojekten beschäftigt ist, nimmt er sich immer Zeit für Marjorie. Er beschloss, seine Karriere beiseite zu legen und seine ganze Aufmerksamkeit und Energie darauf zu verwenden, sich um sie zu kümmern. André verbrachte jeden Moment mit Marjorie und kümmerte sich mit Freundlichkeit und Liebe um sie. Er war nicht nur ein Ehemann, sondern auch ein treuer Begleiter. Er hörte sich ihre Gedanken an, teilte ihre Sorgen und Ängste und half ihr, sich in schwierigen Zeiten geliebt und sicher zu fühlen. Nachmittags saßen sie oft zusammen, hörten Musik oder redeten über Margeries unerfüllte Träume. André ermutigte seine Frau immer, die Wünsche zu erfüllen, die sie nicht erfüllen konnte, von einer Reise in die Länder, die sie liebte, bis hin zur Teilnahme an sozialen Aktivitäten, die ihr einst sehr am Herzen lagen. Für André wurde es zu einem seiner wichtigsten Lebensziele, Marjorie fröhlich und glücklich zu machen. Er zögerte nicht, zu Hause kleine Partys zu organisieren und Freunde einzuladen, um für seine Frau eine warme und fröhliche Atmosphäre zu schaffen. Gemeinsam schauen sie sich alte Fotos an, schwelgen in schönen Erinnerungen und planen die Dinge, die Marjorie noch tun möchte. Es war nicht nur eine Möglichkeit, Liebe auszudrücken, sondern für Marjorie auch eine Möglichkeit, Kraft zu schöpfen, um ihre schwere Krankheit zu überwinden. André vergisst auch die kleinen Dinge nicht, von der Zubereitung von Marjories Lieblingsgerichten bis hin zum Lachen in den schwierigsten Momenten. Er wusste, dass emotionale Unterstützung ihr helfen konnte, ihren Schmerz und ihre Ängste zu überwinden. Besonders wenn Marjorie müde oder deprimiert war, war André immer an ihrer Seite, hielt ihre Hand und gab ihr Kraft und Hoffnung. Obwohl Marjorie sich vielen Behandlungen unterzogen hat und oft mit Schmerzen zu kämpfen hatte, hat André's Anwesenheit ihr geholfen, sich stabiler zu fühlen. Er ist in ihren Augen nicht nur ein Ehemann, sondern auch ein Held. Jeden Tag, der vergeht, erinnert André Marjorie an die wunderbaren Dinge im Leben, an die Liebe, die sie im Laufe der Jahre aufgebaut haben, an die Träume, die sie gemeinsam gehegt haben. Je weiter Marjories Krankheit voranschreitet, desto entschlossener wird André, ihre Wünsche zu erfüllen. Er arrangierte für sie einen gemeinsamen Ausflug zu den Orten, von denen sie geträumt hatte, auch wenn es nur ein kurzer Ausflug war. Die gemeinsamen Momente während dieser Reise halfen Marjorie nicht nur, sich lebendiger zu fühlen, sondern waren für beide auch eine unschätzbare Quelle der Motivation. André versteht, dass es im Leben nicht nur um Melodien auf der Bühne geht, sondern auch um kostbare Momente mit den Menschen, die man liebt. Mit hingebungsvoller Fürsorge und starker Liebe bewies André Rieu, dass Liebe die Kraft hat, alle Herausforderungen zu meistern, selbst in den schwierigsten Zeiten. Egal wie das Leben sie auch nimmt, die Liebe zwischen ihnen ist immer eine helle Flamme, die sie durch die Dunkelheit führt. Marjorie war nicht nur eine Ehefrau, sondern auch eine Inspiration, und André tat alles, um sie wissen zu lassen, dass sie immer das Kostbarste in seinem Leben war. André Rieu wird seine Major-Tour 2025 durch Großbritannien und Irland beginnen und in Nottingham beginnen. Dies ist ein Ereignis, das nicht nur von Fans klassischer Musik erwartet wird, sondern auch von denen, die das Charisma und die Raffinesse seines Darbietungsstils lieben. Die Tour führt Rieu in viele Großstädte, von denen jede dem Publikum einzigartige und unvergessliche Musikerlebnisse bietet. Nach Nottingham wird André Rieu nach Manchester wechseln, wo er bei früheren Auftritten viele schöne Erinnerungen hinterlassen hat. Diese Stadt ist nicht nur für ihre reiche Kultur berühmt, sondern beherbergt auch ein begeistertes Publikum, das bereit ist, die wundervollen Melodien dieses berühmten Dirigenten zu hören. Als nächstes wird Liverpool die nächste Station der Reise sein. Dieser Ort ist nicht nur die Heimatstadt von Musiklegenden wie den Beatles, sondern auch eine Stadt mit einer lebendigen Musikkultur. Glasgow mit seiner freundlichen Atmosphäre und seiner ausgeprägten Liebe zur Musik wird die nächste Stadt sein, die Rieu besucht. Das Publikum hier wird auf jeden Fall lebendige Musik genießen und die Liebe zur Musik spüren, die Rieu mitbringt. Die Tour führt ihn auch nach Belfast, wo Musik die Kraft hat, Menschen zusammenzubringen und das Publikum die Möglichkeit hat, wohlklingende Melodien und emotionale Darbietungen zu erleben. London, die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs, wird ein unverzichtbarer Stopp auf ihrer Reiseroute sein. Mit einer romantischen Atmosphäre und einer reichen Geschichte verspricht Rieu, dem Publikum ein unvergessliches Konzert zu bescheren. Die Mischung aus klassischer Musik und der modernen Atmosphäre der Stadt wird den Fans ein unvergessliches Erlebnis bescheren. Schließlich endet die Tour in Birmingham. Diese Stadt ist nicht nur für ihre kulturelle Vielfalt bekannt, sondern ist auch eines der größten Musikzentren Großbritanniens. André Rieu wird inspirierende und energiegeladene Musik liefern und die Tour auf eindrucksvolle Weise abschließen. Wer Musik liebt, wird sich die Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen, Rieus Talent und Charme live auf der Bühne zu erleben. André Rieus große Tournee 2025 durch Großbritannien und Irland ist nicht nur ein Konzert, sondern auch eine emotionale Reise, bei der Musik zu einer Brücke wird, die die Herzen der Menschen verbindet. Angesichts der wundervollen Städte, die er besuchen wird, ist es sicher, dass jede Aufführung schöne Erinnerungen im Herzen des Publikums hinterlassen wird und bekräftigt, dass Musik die gemeinsame Sprache der Menschheit ist. André Rieu ist mit seiner Expertise im Geigenspiel nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern auch ein wahrer Künstler. Die Kombination aus seinem Talent und seiner charismatischen Persönlichkeit verleiht jedem Konzert, das er gibt, einen besonderen Zauber. Rieus Musik besteht nicht nur aus Gitarrentönen, sondern aus einem Fluss von Emotionen, einer Reise, an der das Publikum teilnehmen kann. Jede Aufführung ist wie ein Festival, bei dem die Leute nicht einfach nur still sitzen und der Musik lauschen, sondern sie versinken in der Melodie, singen mit, tanzen und lachen sogar gemeinsam. Die Energie, die Rieu ausstrahlt, macht auch vor der Musik nicht Halt. Er hat die Fähigkeit, eine einladende und fröhliche Atmosphäre zu schaffen, die dem Publikum das Gefühl gibt, an einem großen Familientreffen teilzunehmen, bei dem alle zusammenkommen, um ihre Freude und Leidenschaft für die Musik zu teilen. Es ist eine tiefe Verbindung zwischen Künstlern und Publikum, in der jeder jeden Moment erlebt, von sanften, friedlichen Melodien bis hin zu lebendiger, aufregender Musik. Rieus tiefe Leidenschaft für Musik, die sich in jeder Note und jeder Geste ausdrückt, hat die Herzen unzähliger Fans auf der ganzen Welt erobert. Menschen auf der ganzen Welt sind von seinem Charme und seinem Talent fasziniert. Mit jedem Konzert bringt Rieu nicht nur Musik, sondern auch ein lebendiges Erlebnis, bei dem Menschen gemeinsam erkunden, sich gemeinsam fühlen und gemeinsam genießen. Das Jahr 2025 steht vor der Tür und Rieu hat einen besonderen Konzertabend geplant, der verspricht, allen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Er lädt alle ein, mitzumachen, nicht nur um die Musik zu genießen, sondern auch Teil einer schönen Erinnerung zu sein. Es wird ein Abend voller musikalischer Exzellenz sein, in dem jeder Anwesende die Wärme und Liebe spüren wird, die Rieu mit sich bringt. Mit dem Einfallsreichtum in jeder Note und der positiven Energie, die von ihm ausgeht, wird dieses Konzert nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern auch eine Reise zur Entdeckung der Wunder des Lebens. Rieu hat bewiesen, dass Musik die Fähigkeit hat, Menschen zu verbinden, und jedes seiner Konzerte ist ein Beweis für die Kraft der Solidarität und Liebe. Wenn Menschen gemeinsam singen und tanzen, genießen sie nicht nur die Musik, sondern schaffen auch wunderschöne Erinnerungen und unsichtbare Verbindungen, die nur Musik schaffen kann. Der bevorstehende Konzertabend ist nicht nur eine Gelegenheit, das Talent eines großen Künstlers zu genießen, sondern auch eine Gelegenheit für jeden Menschen, das Gefühl der Harmonie und des Eintauchens in die Atmosphäre der Musik und der menschlichen Liebe zu erleben. Dabei ist Rieu nicht nur Musiker, sondern auch ein Künstler mit offenem Herzen, jemand, der jedem Freude und Glück bringt. Bereiten Sie sich auf eine unvergessliche Nacht im Jahr 2025 vor, in der Musik, Verbindung und schöne Erlebnisse zu einer Party voller wunderbarer Emotionen.